SPORZEL, MOLTI und PICHLER Bekannt geworden aus der Sendung Saturday Night Fever auf ATV Und immer auf der Suche nach der richtigen Party kommen sie jetzt nun zu uns Die drei ATV Saturday Night Fever Stars live zu Gast im Bollwerk Niklasdorf Ihr denkt ihr könnt mit der Elite mitfeiern? Dann beweist es! Heute habt ihr die Möglichkeit dazu ATV MOLTI und Co Am Freitag, den 8. Oktober Nur im Bollwerk Niklasdorf